Es freut mich, dass wir unser Studium über die Vorbereitung zur Endzeit fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel Jesus und das Buch der Offenbarung. Tatsächlich unterschreibt unser Heiland dieses Buch, in dem er sagt, in Offenbarung 22, 16, Ich, Jesus, habe gesandt, meinen Engel, solches euch zu zeugen, an die Gemeinden. Ich bin die Wurzel des Geschlechts Davids, der helle Morgenstern. So, bevor wir uns dem Thema der Offenbarung widmen, bevor wir verstehen wollen, was es bedeutet, dass Jesus diese Offenbarung dem Johannes gegeben hat, und nicht nur die Offenbarung, die er dem Johannes gegeben hat, aber die Offenbarung, die er in der ganzen Heiligen Schrift gegeben hat, wollen wir uns erinnern, worum geht es denn eigentlich? Warum muss es eine Endzeit geben? In der Welt erwarten die Menschen, dass das Ganze zum Ende geht. Sie haben Angst, weil man hat sich durch die selbstzerstörerische Natur des Menschen ein Waffenarsenal angesammelt, das die Welt mehrfach zerstören kann. Und es gibt die Angst, dass die Natur außer Kontrolle gerät und damit das Leben auf dieser Erde zum Ende kommt. In der Welt, wenn wir so ein bisschen auch die politische Lage anschauen, die zurzeit vorherrscht, dann sehen wir, dass es nach Schwierigkeiten riecht, nach Krieg, nach Auseinandersetzung. Die Völker sind sich nicht einig. Jeder will Recht haben. Jeder möchte über den Anderen bestimmen das Gute. In der Welt ist es, was wir sehen, Zerstörung. Letztendlich ist es die eigene Zerstörung des eigenen Astes, auf dem man sitzt. Aber wird die Welt untergehen durch die Zerstörung des Menschen? Die Heilige Schrift und die Prophetie und Jesus in der Offenbarung macht deutlich, dass das nicht so sein wird. Ja, es werden Kriege und Kriegsscheie geben und die Menschen werden streiten und sich versöhnen und widerstreiten. Das Ende wird nicht herbeigeführt durch den Menschen, zumindest nicht in der Art und Weise, wie es die Welt erwartet. Die Prophetie und die Propheten, die von Gott, von Jesus inspiriert sind, sie schreiben etwas anders. Und sie haben auch einen anderen Zweck. Sie wollen nicht den Menschen zerstören, sondern sie wollen die Befreiung aus dem Leid. Die Endzeit nach biblischem Verständnis ist das Zu-Ende-Kommen eines Leides, das den Menschen zerstört. Gott führt sie herbei, aber er führt sie nicht herbei, um Tod und Elend zu bringen, sondern davon zu befreien. Deshalb wollen wir uns vorbereiten, weil es liegt die Gefahr daran, dass wir nicht verstehen, dass man nur dann vorbereitet ist auf die Endzeit, wenn die selbstzerstörende Natur, mit der wir geboren sind, entfernt wurde aus unserem Herzen. Nur dann können wir in dieser Endzeit nach dem Plan, den Gott durch seine Propheten offenbart hat, unsere Stelle einnehmen und erfüllen zum Wohle der Menschheit und zur Erlösung und zur Befreiung von vielen Menschen, die in völliger Unkenntnis in dieser Welt leben. So, die Menschheit erwartet ein Ende. Die einen denken, es kommt mit Schrecken. Ja, und es ist schrecklich, aber es kommt zur Erlösung. Es kommt zur Befreiung aus dem Leid. Gott will diesem ganzen Elend ein Ende setzen. Darauf hat er sich konzentriert. Deshalb konzentriert sich das ganze Studium, die ganze Heilige Schrift, wie wir sehen werden, auf diese kurze Periode, bevor die endgültige Befreiung kommt. Wir haben gesehen in den letzten zwei Stunden, dass das Böse ein zerstörerischer Eindringling ist. Und ich habe hier es versucht so darzustellen, das Gute, die Gesetzmäßigkeit, ist unendlich. Sie ist das, was natürlich ist. Sie ist das, was unseren Bedürfnissen spricht. Das Böse, die Zerstörung, ist ein Eindringling. Es ist eine Haltung, die gegen das Gute ist, die gegen die Gesetzmäßigkeit ist. Und diese Haltung, dieses Übel, gehört und passt nicht in diese Sache hinein. Und sie kam, sie kam durch Luzifer ohne einen Grund, wie wir gesehen haben. Es gab keinen Grund zu denken, man könnte aus einem Geschöpf ein Schöpfer werden. Es gab keinen Grund zu denken, dass aus einer Wirkung man eine Ursache werden kann. All das gab es nicht. Aber jetzt ist es eingedrungen. Gott konnte es auch nicht verhindern, weil er hat ja den Geist des Menschen und den Geist der Luzifer, der Engel, so gemacht, dass sie sich selbst steuern. Und wenn sie auf eine Idee kommen, die sinnlos ist, dann kann er ihnen diese Idee nicht aus dem Kopf nehmen. Er kann ihnen erklären, dass das keinen Sinn macht. Aber wenn jemand denken will, dann darf er denken, was er will. Weil so hat ihn Gott gemacht, dass wir denken. Und wir nur ausüben können, diese Fähigkeit zum Denken. Und Luzifer hat nicht darauf gehört. Er ist weitergegangen, bis das Böse in ihm ihn völlig begrenzt hat. Das Böse ist ein Eindringling. Es ist das Gegenteil vom Guten. Und beide können nie dasselbe sein. Deshalb die ganze Auseinandersetzung, der ganze Konflikt ist, wie kann man den Eindringling wieder loswerden. Der ganze Kampf, die ganze Situation, in der wir stehen, ist Gottes Anstrengung, das Böse zu entfernen. Es ist nicht in seiner Absicht, das Böse so zu lassen, wie es ist. Deshalb, als das Böse sich selbst begrenzt hat in Luzifer und in seinen Engeln, das heisst, wo im Himmel, dort in der Regierung, Haltung, in der Regierungsebene des Universums, niemand mehr auf das Böse ansprechbar war und jeder endgültig seine Wahl getroffen hatte, gab es den ersten Kampf, die erste Maßnahme Gottes, nämlich das auch physisch voneinander zu trennen. so wurde Luzifer und seine Engel aus dem Regierungsamt und dem Platz im Himmel entfernt. Aber jetzt kam der Eindringling und er wäre ja nirgendwo hingehen können, es sei denn, jemand nimmt ihn auf. Und so, als Luzifer in diesem Universum alleine war oder zur Seite gelegt war aus der Regierung, ging er hin und versuchte die anderen Welten und Gott hat es ihm nicht verboten. Er hat ihm natürlich ein Limit gesetzt auf die Ebene der Geschöpfe, dass sie es auch überwinden können. Und so hat er hier auf die Erde den Baum gegeben, damit Luzifer nur an einer einzigen Stelle den Menschen versuchen kann und hätte Adam und Eva nie auf Luzifer gehört, hätte das Böse sich nicht ausbreiten können. Weil das Böse ist ja nur eine Lüge. Es ist, wie wir gesehen haben, das Irrationale. Das, was etwas will, was nicht geht. Das Böse macht keinen Sinn. oder Adam und Eva aufnahmen das Böse, wurden sie Teil dieser Sache. Deshalb findet heute gibt es zwei Kampfschauplätze, aus denen das Böse entfernt werden muss. Der eine Kampfschauplatz ist die Erde und der andere Kampfschauplatz ist das Herz welches sich im Geist des Menschen befindet und in wem der Irrtum zu Hause ist. Der Irrtum, den wir übernommen haben von Luzifer zu denken, wir könnten aus uns selber leben. Zu denken, wir hätten uns selber gemacht. Ist es nicht erstaunlich, wenn man heute jede Ideologie anschaut, die es so in dieser Welt gibt, dann ist das die Grundlage jeder Ideologie. die Religionen, die antireligiösen Bewegungen, alles was so wir sehen im Kampf, im Machtkampf zwischen den Geschlechtern, in allen Dingen sehen wir das Emporheben des Menschen über einen anderen Menschen. Wir sehen, dass der Mensch sich als etwas ausgibt und etwas will, was nicht geht. Er lebt in einem Irrtum und er will diesen Irrtum, den sieht er meistens nicht und er will ihn durchsetzen. So, es gibt zwei Kampfschauplätze, den einen, wir können sagen, außerhalb von uns, auf der Erde, im Universum und es gibt einen, der ist in uns und da das Böse ja nur ich sage jetzt mal eine Idee ist, etwas Geistiges ist, nicht etwas Körperliches, in der physischen Welt gibt es weder Gut noch Böse. Es gibt es nicht. Es gibt nur in der geistigen Welt das Gute und das Böse. Es gibt nur in der geistigen Welt eine Auseinandersetzung. Wir kommen ja häufig und sagen, im Körper gibt es einen Kampf. Das ist eine Sache, die gesetzlich nicht möglich ist. Es gibt immer nur einen Kampf auf einer geistigen Ebene. Und dieser Kampf, der auf der geistigen Ebene stattfindet, ist Lüge und Wahrheit. Und es ist schön und interessant, wenn wir uns das Ende des Kampfes anschauen. Er wird uns beschrieben im Buch der Offenbarung. Und es ist eine sehr schöne Beschreibung, wenn man versteht, worum der Kampf geht. Offenbarung 22, 12, 14 und 15. Selig sind die seine Gebote erhalten. Wir wissen, dass das Gute die Gesetzmäßigkeit ist. Das Unendliche, was nie verändert werden kann. Kein Mensch kann das Gesetz verändern. Er kann es nur brechen. Aber verändern in der Natur, das Gesetz der Natur kann er nicht. Deshalb steht hier selig sind die seine Gebote erhalten. Das heißt, im Einklang sind mit dem Gesetz der Natur. Auf das sie Macht haben an dem Holz des Lebens und zu den Toren eingehen in die Stadt. Der Baum des Lebens, deshalb wird hier das Holz des Lebens genannt und die Stadt, das neue Jerusalem, die neue Heimat der Erlösten. Diese Stadt ist es, wo die Erlösten leben werden. Deshalb seine selig sind, die seine Gebote halten, weil sie haben Teil am Leben, an der Ewigkeit und sie haben Teil zu wohnen in der Stadt. Und jetzt der Kontrast, denn draußen sind die Hunde und mit Hunde sind natürlich nicht Hunde gemeint, sondern Menschen, die dieses Verhalten haben haben, die Zauberer und die Hurer und die Totschläger und die Abgöttischen und alle, die lieb haben und tun die Lüge. So, der Kampf ist zwischen Wahrheit und Lüge. Das Gesetz ist die Wahrheit. Das Antigesetz ist die Lüge. Und das ist die Auseinandersetzung. Draußen außerhalb der Stadt am Ende des Kampfes bevor das Böse endgültig vernichtet wird findet sich das was Lüge ist. Und in diesem Text wird an sich sehr deutlich beschrieben dass der Kampf zu Ende ist. In der Stadt sind alle die die gewohlt haben den Irrtum die Lüge aus ihnen selbst dass sie jemand sind der sie nicht sind zu entfernen. Und außerhalb der Stadt sind all die die liebhaben und tun die Lüge. Es gibt keine Ration die uns sagt die Lüge ist gut weil wir gemacht wurden für die Wahrheit. Warum gibt es denn dann Menschen die außerhalb der Stadt sind? Warum gibt es Menschen die geliebt haben das Totschlagen die geliebt haben die Abgötterei das heißt den Götzendienst warum gibt es sie überhaupt? Wieso ist die Lüge für den Menschen so attraktiv? Dass sie behält wo sie doch entgegengesetzt ist unserer Natur unserem Verstand unser Verstand hasst die Lüge er hasst die Gewalt aber in unserem Herzen da lieben wir sie da tun wir sie da gehen wir ihr nach das sind die zwei Kampf Schauplätze es ist einmal der physische externe Teil wo man separiert hat aber bevor das verstehen kann muss es einen Kampf geben im Inneren des Menschen und dieser innere Kampf muss besiegt werden die Wahrheit muss den Sieg erringen über die Lüge und der Hauptakteur in diesem ganzen Kampf ist ein einziger Jesus Christus deshalb finden wir durch die ganze Heilige Schrift nicht nur in der Offenbarung die Handschrift des Erlösers der Hauptwirkende der der dazu kommt und erreicht dass der Mensch wieder zu seinen von Gott gegebenen rationalen Verstandes Kräften zurückkommt sich nicht mehr betrügen lässt von seiner eigenen unbewussten Identität dass der Mensch das überhaupt in der Lage ist zu tun dass er rauskommt wieder dem Verstand folgen kann und nicht mehr dem Unverstand ist das Werk eines Erlösers deshalb ist er im Zentrum eines jeden Buches der Schrift nicht nur in Offenbarung aber in Offenbarung in besonderer Weise weil da geht es ja um den Endkampf so wir haben in der letzten Stunde gesehen dass der Daniel auch einen Überblick bekommt über den Gesamtbild des Kampfes aber ich möchte dass wir nicht nur gewisse Propheten herausnehmen sondern dass wir immer einen Überblick haben und aus dem Überblick gehen wir dann in die Details eines der größten Fehler die ich halte in der Interpretation der Schrift und besonders der Prophetie ist dass man sich Details heraussucht und diese Details verstehen will ohne dass man das gesamte Bild kennt ich halte das für nicht klug ich halte das für verwirrend deshalb wollen Leute gewisse Einzelheiten wissen von diesem Kampf ja die sind da wir finden sie in der Prophetie aber lasst uns zuerst erkennen wo liegt das Gesamtbild weil wenn wir nicht wissen wo wir das Puzzleteil hintun sollen dann ist das Puzzleteil ohne Zweck dann kitzelt es vielleicht unseren Verstand dass wir sagen ich weiß wann die sie im Plan kommen und ich weiß das oder ich weiß jenes und ich weiß die Zeitperiode oder jene Zeitperiode aber letztendlich fehlt der Überblick und am Ende bleibt man in der Lüge und in dem Irrtum seines Herzens deshalb hier ist der Zeitverlauf und wir haben eine Zeit vor Christus und da Christus der Hauptakteur in allen Dingen des Erlösung und der Befreiung des Bösen aus dem Universum ist sein erstes Kommen vorhergesagt sein Tod am Kreuz die Endzeit die 1798 beginnt vorhergesagt in Daniel und Offenbarung dann kommt das zweite Kommen Christi die Befreiung und dann kommt das Millennium das Gericht und dann kommt die endgültige Vernichtung des Bösen die Reinigung von all denen die geliebt haben und getan haben die Lüge weil sie haben keinen Platz mehr zu leben sie haben sich selbst so eingeschränkt sie haben sich alles weggenommen als Grundlage des Lebens weil es ist ja antigöttlich antigöttlich antigesetzlich und somit bleibt ihnen nichts anderes übrig aber da Gott ein gerechter Gott ist muss es ein Endgericht geben hier wo dann derjenige der die Lüge gewählt hat der geblieben ist in seinem Ehrtum er hat er hat dann gewollt böse sein und ich denke jeder der will böse sein jeder der will zerstören töten missbrauchen er muss auch gerichtet werden und muss die Konsequenz seines Tuns tragen nur so gibt es eine Befriedigung der Gerechtigkeit nur so gibt es dass jeder mit dieser Gerechtigkeit einverstanden ist sowohl der Täter wird mit seiner Konsequenz und Strafe einverstanden sein wie auch das Opfer sozusagen derjenige der leiden musste darunter weil Gottes Gerechtigkeit wird Genüge schaffen für beide so Christus ist der Hauptakteur in dem Ganzen und so Anbeginn von Moses und die Propheten haben wir alle Schriften alle Hinweise alle Deuten auf Christus hin auf sein erstes kommen aber nicht nur darauf sondern die Hauptkonzentration kommt aufs zweite kommen und dann gibt es eine Konzentration auf das dritte kommen und wir wissen die Endzeit ist die Hauptkonzentration aller prophetischen Schriften des alten und Neuen Testament weil hier kommt es zu einem Ende zu einer endgültigen Entscheidung wer in der Stadt oder draußen stehen wird bei dem dritten kommen Jesus das ist dann das was nur noch stattfindet das Gericht das ist das was stattfindet um zu zeigen was und wie gelaufen ist aber das Endpunkt die Entscheidung ob ein Mensch erlöst wird oder nicht wird am Ende hier getroffen ob du und ich am Ende stehen in der Stadt sein werden oder außerhalb wird während unseres Lebens getroffen und da die ganze Welt von dieser Wahl oder in diese Wahl eingehen muss muss Gott in der Endzeit etwas tun um einen jeden Menschen in kürzester Zeit vor eine endgültige Wahl zu stellen so dass dann das Kampfesende mit dem zweiten Kommen Christi stattfinden kann nach dem zweiten Kommen Christi gibt es keine Kämpfe mehr da gibt es nur noch die Ausübung und die Vollbringung des Gerichtes aber der Kampf ist zu Ende mit dem zweiten Kommen Christi da wird er beendet und es wird ihn nie mehr geben es wird im Universum nie mehr jemanden geben der denken wird er könnte aus einem aus einer Wirkung eine Ursache werden es kommt niemand mehr auf den Gedanken dass er unabhängig von Gott leben kann jeder ist einverstanden mit seinem ganzen Wesen mit der Abhängigkeit vor einem liebenden Gott niemand wird mehr protestieren und sagen ich kann aus mir leben das wird es nicht mehr geben so der Prophet Daniel beschreibt die Zeitbedrohende von 640 vor Christus bis zum Ende in manchen Sätzen beschreibt er bis zum dritten kommen Christen und so finden wir dasselbe für die Offenbarung die Offenbarung geht aber noch einen weiteren Weg die Zeitperiode die im Buch der Offenbarung wir finden beginnt noch vor der Erschaffung der Erde und geht bis zu ihrer Neuschöpfung das finden wir in einem einzigen Buch und das ist das Buch der Offenbarung das letzte Buch der Bibel gibt einen Überblick über den ganzen Kampf und was ist zentral in diesem Überblick sicherlich der Heiland aber wo findet er sich lasst uns das mal anschauen wir haben die sieben Gemeinden und die sieben Gemeinden sind dargestellt mit den Leuchtern dort im Heiligtum wie wir sehen werden vielleicht lesen wo wir finden hier im ersten Buch der Offenbarung da finden wir diese Beschreibung dessen was dort stattfindet ab Vers 9 ich Johannes der auch euer Bruder und Mitgenosse an der Trübsal ist und am Reich und an der Geduld Jesu Christi war auf der Insel die da heißt Patmos um des Wortes Gottes Willen und des Zeugnisses Jesu Willen ich war im Geist an des Herrn Tag und hörte hinter mir eine große Stimme als einer Posaun die sprach ich bin das A und das O der Erste und der Letzte und was du siehst das schreibe in ein Buch und sende es zu den Gemeinden in Asien und Smyrna und Pergamos und Theatyr und Sardes und Fladelfia und Gen Laodizeer und ich wandte mich um zu sehen nach der Stimme die mit mir redete und als ich mich wandte sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den sieben Leuchtern einen der war eines Menschen so ungleich der war angetan mit einem langen Gewand und begürtet um die Brust mit einem güldenen Gürtel das ist die Kleidung eines Priesters sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie eine weiße Wolle als der Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich wie Messing das im Ofen glüht und seine Stimme wie große Wasserrauschen und hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Munde gingen ein scharf zweischneidig Schwert und sein Angesicht leuchtete wie die helle Sonne und als ich ihn sah fiel ich zu seinen Füßen als ein Toter und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir fürchte dich nicht ich bin der Erste und der Letzte und der lebendige ich war tot und siehe ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes wer ist der da war und tot war es und was da ist und was geschehen soll danach das Geheimnis der sieben Sterne die du gesehen hast in meiner rechten Hand und die sieben güldenen Leuchter die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter die du gesehen hast sind sieben Gemeinden so wir finden Christus mit einer Botschaft im himmlischen Heiligtum an die sieben Gemeinden und der sieben armige Leuchter sind die Gemeinden weil die Gemeinden wurden gerufen in dieser Welt zu einem Licht zu sein deshalb sind sie dargestellt mit dem sieben armigen Leuchter und die Botschaft an die sieben Gemeinden sind die Sterne sind Sterne sind Engel weil Engel sind Boten und sie werden dargestellt durch Sternen dann werden wir finden die sieben Siegel und die sieben Posaunen das sind Bilder die sich alle konzentrieren nach der Himmelfahrt Jesu nachdem er seinen Dienst angefangen hat im himmlischen Heiligtum beginnt diese Zeitperiode da beginnen diese Dinge die alle enden in der Endzeit mit dem Ende des Kampfes aber die Offenbarung beschreibt das Millennium die Offenbarung beschreibt das Gericht das Endgericht das dritte kommen Jesu aber nicht nur sie wir finden es geschrieben in Moses und die Propheten so wir können nicht in einer Stunde das durch gehen aber den Überblick wollen wir haben die Hauptkonzentration der Offenbarung ist die Zeit des Endes ist die Endzeit alles konzentriert sich darauf hin deshalb studieren wir sie und deshalb wissen wir auch und wollen uns das Gesamtbild haben und wenn wir das Gesamtbild haben dann können wir uns in Details sagen ich jetzt mal verlieren da können wir hineingehen aber ohne Gesamtbild ist jedes Detail eine Verwirrung und damit ist die Prophetie heute das was in der Heiligen Schrift ist ist eine klare Botschaft aber so wie die Menschen es darstellen gibt es so viele Meinungen jeder interpretiert in das Wort seine eigene Meinung hinein woher soll ich wissen wer denn Recht hat deshalb brauchen wir zu verstehen was worum geht es in dem Kampf worum geht es in diesem ganzen Ablauf dieser Zeit Geschichte und ich hoffe doch wir alle haben verstanden die Bibel beschreibt diese Kampf schauplätze in Bildern weil es geht im Kampf um die Entfernung des Bösen es geht um die Offenbarung der Lüge und es geht im Kampf dem der Lüge Raum zu geben sich selbst zu begrenzen sie ist ja selbst aber dass ihre Grenzen auch hervortreten dass man nicht denkt die Lüge könnte einen in eine Ewigkeit begleiten so es geht in diesen zwei Kampf schauplätzen die wir gesehen haben im Universum und letztendlich auf unserer Erde weil dort findet der Kampf statt und im Herzen des Menschen die Bibel beschreibt von Anfang bis zum Ende diese Kampf schauplätze so lasst es uns ein bisschen anschauen wir könnten darüber ein langes Studium machen zunächst der innere Kampf der innere Kampf geht darum den Irrtum die falsche Identität aus dem Herzen des Menschen zu entfernen das erste Bild was Gott dafür genutzt hat ist der Opferdienst das erste was wir finden nachdem der Mensch gesündigt hat in dem ersten Buch Mose Kapitel 3 ist dass Gott die Lämmer schlachtet es ist dass er ein Opfer bringt damit er den Menschen Kleider macht das heißt dass ihm wieder die Fähigkeit gibt die Wahrheit zu sehen und das Böse aus seinem Leben zu entfernen der Mensch ist gefallen weil er wollte das Böse kennen und jetzt sieht er das Böse das Böse zu sehen ist Böse es ist nichts Schönes daran und deshalb ist es dargestellt mit der Nacktheit und jetzt gibt Gott den Menschen neue Kleider damit das Böse entfernt wird dass sie erkennen das Gute und das Böse wieder wegkommt der Opferdienst der im ersten Buch Mose Kapitel 4 zum Tragen kommt dass wir sehen die ersten zwei Menschen die geboren sind auf dieser Erde bringen die Opfer der eine macht es richtig der andere macht es falsch der eine erkennt die Not seines Herzens und versteht worum es geht der andere erkennt seine Not nicht und versteht nicht worum es geht der der nicht versteht worum es geht tötet den der versteht worum es geht der Opferdienst ist ein Bild der niemand wegtun kann dass etwas im Menschen kaputt gehen muss etwas im Menschen ist falsch und muss entfernt werden und das geht nur über den Tod das zweite Bild das wir finden in der Heiligen Schrift ist die Beschneidung die Beschneidung ist nichts anderes als ein Bild dafür dass im Herzen des Menschen etwas ist was entfernt werden muss eine Identität die uns macht zu denken dass wir Gott sind die uns macht zu denken dass wir etwas tun könnten was nicht unter unserer Kontrolle ist dass unser Vertrauen auf etwas setzt was nicht Gott ist sondern alle anderen der Abraham vertraute seiner Frau anstelle Gott und deshalb musste Gott ihm die Beschneidung beibringen er musste sie einführen um dem Abraham und allen nachkommenden Generationen klar zu machen etwas in deinem Herzen betrügt dich etwas ist da das muss entfernt werden und dann kommt der Dienst im Heiligtum in der Wüste lässt Gott ein Heiligtum aufbauen um zu erklären wie dieser innere Kampf stattfindet und was innen und außen im Herzen des Menschen und außerhalb im Heiligtum geschehen muss dann finden wir die meisten Gleichnisse Jesu und beschreiben diesen inneren Kampf sie erzeigen wie das Böse aus dem Menschen entfernt werden muss die Taufe ist ein Bild dass etwas in uns sterben muss und ein neues hineinkommen muss das was ursprünglich da war eine Identität die stimmt wir können nie Gott sein wir können nur Geschöpfe sein aber für unseren jetziges Herz ist das eine Unmöglichkeit wir wollen und spielen die ganze Zeit Gott und dann das größte Bild aller Bilder ist der Tod Christi am Kreuz wo gezeigt wird dass das Böse in uns nur über einen Kampf in uns entfernt werden kann und es geht geht nicht ohne den Tod die Lüge muss ans Kreuz genagelt werden und Christus hängt die Lüge ans Kreuz die Sünde ist nichts anderes als die Lüge glauben und tun wie wir gesehen haben sie muss ans Kreuz das das da könnten wir uns verlieren in Details aber wir wollen ja nur schauen worum geht es denn letztendlich im großen Bild es geht um einen inneren Kampf in mir und in dir der aber beginnt mit der Neugeburt bis dahin ist ein Kampf da aber da zerstört man sich selbst ist ein Kampf zwischen Verstand und Herzen und der beginnt dann wenn ein Mensch neu geboren wird wenn ein Mensch erkennt seine Not und willig ist sie zu entfernen ohne den Willen des Menschen wird nie der innere Kampf stattfinden und er wird auch nie gewonnen werden ohne seinen Willen aber die Bibel beschreibt in Bildern auch den äußeren Kampf und der äußere Kampf ist ja letztendlich dass das Böse wenn es einmal sich ausgelebt hat wenn es an seine Grenzen gekommen ist und dessen Folgen von der Erde und Universum zu entfernen weil es ist ein Eindringling es gehört nicht dazu aber bis man es erkennt dass es böse ist muss es an seine Grenze kommen und so haben wir die erste Bild des Bösen und das ist die Sintflut Gott muss eingreifen weil die Beschreibung der Menschen nur nach 1500 Jahren war eine Sache die zeigte wie schnell der Mensch verfällt in in Kapitel 6 im ersten Buch Mose Vers 5 sagt es dort da aber der Herr sah dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immer da da reute es ihn dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen Gott hat keinen Gefallen an der Not des Menschen die Bosheit stößt ihn ab und er sagt sieh mal an was nur in kürzester Zeit das Böse im Menschen mit dem Menschen getan hat und damit er aber die ganze Erde retten kann damit der gerechte Noah und seine Kinder und damit es eine Lösung geben kann für die nachfolgenden Generationen muss Gott einen Schnitt machen so einen Schnitt wer im Himmel gemacht hat als Satan und seine Engel zum Ende gekommen sind wo es niemanden gab mehr vor einer Grenze zur anderen zu gehen und siehe danach nur 1500 Jahren dieser Erdgeschichte findet sich Gott findet sich eine Situation statt die letztendlich der der Endzeit sein wird nämlich es gibt nur noch zwei Kategorien von Menschen böse und gute es gibt nur noch den gerechten Noah und seine Familie und alle anderen Menschen sind böse und Gott bietet ihnen an die Arche einzugehen er gibt ihr noch 120 Jahre Zeit und die Tiere gehen in die Arche aber die Menschen gehen nicht außer die des Glaubens sind es ist dieselbe Trennung die wir gesehen haben am Ende in die Arche heißt in die Stadt zu gehen und in dem außerhalb der Stadt zu sein ist außerhalb der Arche sein dort außerhalb sind die 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 Lüge glauben und lieben und tun und das bedeutet alles trachten ist böse in ihrem Herzen so musste Gott eingreifen und die Sintflut schicken sie ist ein Bild dass das Böse zum Ende kommt und ist auch ein Bild dass Gott Gerechtigkeit schaffen wird für alle die die behalten wollen das Böse für alle die die nur zerstörerisch in ihrem Wesen sind die Sintflut ist ein klarer Beweis dass Gott Gericht halten wird sie kam nicht durch den Teufel zustande wie so manche glauben sie kam als Ursache vom Bösen aber Gott ist der der immer noch die Gewalt in dieser Welt in seiner Hand hat und es war Gott der Eingriff um zu zeigen dass er auch am Ende eingreifen wird das Böse wenn es sich ausgelebt hat wenn es keine Chance mehr hat zurück zu kehren was will man mit ihm tun will man es künstlich weiter am Leben erhalten soll die Bosheit und die Zerstörung weitergehen unser menschlicher Verstand sagt uns schon dass das nicht sein kann unser Gerechtigkeitssinn sagt uns schon es muss ein Ausgleich geben die Menschen die Böses getan haben müssen wenn sie in dieser Bosheit verharren wollen und nicht das Opferdienst annehmen wollen letztendlich nicht eingehen wollen in die Arche es hindert sie niemand einzugehen nur die Boshaftigkeit ihres Herzens dann werden sie hinnehmen müssen das Gericht Gottes die Sintflut ist ein deutlicher Beweis dass Gott am Ende alle Menschen die nicht haben wollen annehmen die Wahrheit dahin bringen wird Sodom und Gomorra dieselbe Situation es gab keine Gerechten mehr in Sodom nur den Lot und er konnte seine zwei Töchter retten weil sie noch mit ihm gingen sonst wären sie alle zerstört wären es mehr gerechte wären fünf gerechte gewesen wäre Sodom und Gomorra nicht zerstört worden der Dienst im Heiligtum ist eine Beschreibung des äußeren Kampfes genauso wie des Inneren weil man kann sie trennen man trennt sie weil das eine ist außen das andere ist innen aber sie sind voneinander abhängig der innere Kampf muss zuerst gesiegt werden bevor der äußere stattfinden kann der Dienst im Heiligtum das Gericht über die Völker Kanans warum mussten die Israeliten alle diese Völker vernichten nun wenn man die Bibel liest weiß man weil sie zum Ende gekommen sind die Boshaftigkeit ihres Herzens hatte keine Umkehr mehr deshalb wären alle Kinder die ihnen geboren wären unumgänglich gewesen zurückzukommen sie haben die Grenze erreicht und alle Nachkommen wären völlig völlig unfähig gewesen jemals das Gute zu wählen so hat Gott genutzt dieses Volk um auch ihnen eine Botschaft zu geben dass die Völker Kanans dass sie ein Bild haben von dem was auf uns zukommt ein Bild dass die Völker dass das Gericht stattfinden muss dass die Völker zum Ende kommen dass sie auch verstehen dass es eine Grenze gibt und sich davor hüten diese Grenze zu tun 1. Korinther 10 beschreibt das sehr schön in den ersten Versen am Kapitel ich lese nur Vers 11 der sagt solches alles wieder fuhr jenen zum Vorbild es ist aber geschrieben uns zur Warnung auf welche das Ende der Welt gekommen ist so warum sollten sie die Völker Kanans zerstören damit sie erkennen wohin das Böse führt die Reinigung des Tempels die Jesus zweimal vornahm ist ein Bild und beschreibt dass es ein Gericht geben wird auch über das Haus Gottes auch über Israel und wir finden es genau das Gericht über Israel das 70 nach Christus der Tempel und Jerusalem und alles zerstört wurde war nichts anderes als ein Gericht Gottes weil die Boshaftigkeit der Herzen des Menschen nicht mehr umkehrbar war bei diesem Kampf als bei der als Jerusalem zerstört wurde gab es keinen einzigen Menschen in Jerusalem der hätte noch befreit werden können von seinem Irrtum die Christen sind alle davor aus Jerusalem geflogen so wie damals Lot aus Sodom und Gomorra sie haben das Zeichen erkannt und sind weggegangen und sind erlöst worden aber Gott zeigt durch diese Bilder dass es ernst ist das Böse wird auch seine böse Konsequenz tragen müssen Sonst wird Gerechtigkeit nicht ausgeglichen Sonst bleibt die Ungerechtigkeit der Sieger und das wird es nicht sein Der Dienst im Heiligtum beschreibt beide Aspekte zusammen Deshalb ist es nicht erstaunlich dass die ganze Heilige Schrift die Propheten und das Evangelium alles auf dem Dienst des Heiligtums aufgebaut ist Deshalb finden wir Christus in der Offenbarung im Tempel als Priester gekleidet So wir haben hier das irdische Heiligtum es versinnbildet das alte Testament aber im irdischen Heiligtum wurde etwas gezeigt was im himmlischen Heiligtum darstellt und ich habe keine Skizze kein Bild von einem himmlischen Heiligtum aber zumindest fand ich dieses Bild hier da keine Menschen keine Opfer hier nicht stattfindet wir sehen nur als ein gutes Bild für das himmlische Heiligtum wo ja Christus dient und wo wir gesehen haben wo er dasteht so das irdische Heiligtum das alte Testament die symbolhafte Darstellung des Dienstes im himmlischen Heiligtum wir wissen nur was und wie der Kampf innen und außen stattfindet wenn wir das Heiligtum kennen weil das was im alten Testament dargestellt ist ist ja nur im neuen Testament eine Erfüllung dessen im Buch der Offenbarung wird Christus im Dienst im himmlischen Heiligtum gezeigt da ist er von dort beginnt sein Dienst und dort hat er seinen Dienst begonnen zu Pfingsten als er zum Himmel stieg oder als er den Geist Gottes gab da ging Jesus ins Heiligtum ein und da beginnt die Geschichte der Offenbarung der sieben Gemeinden und der sieben Botschaft die Frage am Ende dieser Stunde ist warum wird dieser Dienst nur von wenigen Christen verstanden warum haben wir nicht verstanden worum es geht weil auch hier sind Details beschrieben wie auch in der Prophetie wo sich die Leute verirren darin weil sie denn das große Bild nicht verstanden haben dass es darum geht das Böse zu entfernen das Antigesetz muss weg das was zerstört muss entfernt werden und ich freue mich aufs nächst auf die nächste Stunde wo wir ein wenig tiefer graben wollen in dieses Heiligtum wo wir verstehen wollen das große Bild damit wir dann die Details alle einfach einordnen können Gott gebe uns diese Gnade dass wir nicht unter denen sind die verirrt sind die das Bild nicht kennen sondern die Puzzleteil für Puzzleteil verstehen und ins große Bild einordnen können Amen